Nach zwei Runden für den Allnehmer, Klaus Andrecht wird nach und vor Anangefockten mit seiner Gerne Diamant und der Kleiposition nach und vor Außen- und Außen-Seite von Gordingen. Applaus Applaus Klaus Albrecht, Sieger des Großtaufes, Klaus Albrecht und Klaus Albrecht. Klaus Albrecht, Sieger des Großtaufes, Klaus Albrecht, Sieger des Großtaufes.